Wir haben jetzt seit gut drei Jahren hier in unserem Van eine Alarmanlage im Einsatz. Die Anlage sichert die Fenster und die Türen, aber sie kann noch viel, viel mehr. Welche Erfahrungen haben wir damit gemacht und würden wir die Anlage empfehlen? Tag zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es hat ein bisschen gedauert, aber hier ist jetzt endlich Teil 4 unserer kleinen Serie zum Thema Sicherheit im Wohnmobil oder Van. Wer die drei Teile vorher noch nicht gesehen hat, ich verlinke sie hier nochmal. Diesmal geht es also um unsere Alarmanlage. Das ist eine Wipro 3 Safelog von der deutschen Firma TITRONIC. Der Hersteller hat uns die Anlage als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt und auch eingebaut. Darüber hinaus gibt es aber keinerlei Absprachen oder Beeinflussungen oder sowas. Ich bin auch nicht bezahlt worden und TITRONIC hat das Video auch vor der Veröffentlichung nicht gesehen. Also, wir haben die Wipro 3 Safelog hier in unserem Kastenwagen, Stand heute gut drei Jahre, intensiv getestet. Und tatsächlich sind uns dabei ein paar Dinge aufgefallen, die man, denke ich, wissen sollte, wenn man mit dem Gedanken spielt, sich so eine Alarmanlage anzuschaffen und auch einbauen zu lassen. Die Anlage besteht aus mehreren Komponenten und die kann man zum eigenen Fahrzeug ganz passend auswählen. Ich zeige euch die einzelnen Teile in diesem Video ganz genau. Und auch wenn ich mir jetzt grundsätzlich zutrauen würde, die einzubauen, ich denke aber doch, dass man den Einbau, einen Fachbetrieb machen lassen sollte, damit am Schluss auch wirklich alles richtig funktioniert. Wir sind dazu in den Norden gefahren und dort wurde dann die Anlage eingebaut. Und ich habe dabei auch noch viel über die Anlage gelernt. Die eigentliche Zentrale der Wipro 3 Safelog, die sitzt irgendwo im Fahrzeug. Ich weiß wo, aber die Stelle zeige ich in diesem Video aus naheliegenden Gründen nicht. Dann gibt es noch das Profinder-Modul, das zum einen den Kontakt nach außen per Mobilfunk herstellt und zum anderen aber auch per GPS immer genau weiß, wo sich das Fahrzeug gerade befindet. Auch der Profinder wird irgendwo im Fahrzeug eingebaut. Und die Wipro 3 Zentrale, die gibt es in zwei Versionen, einmal mit und einmal ohne die Funktion Safelog. Safelog, damit meint der Hersteller die Anbindung an die Zentralverriegelung des Fahrzeugs. Ohne Safelog kann die Anlage in jedes Reisemobil oder Van eingebaut werden. Ganz egal, von welchem Hersteller das Basisfahrzeug kommt. Und die Version mit der Safelog-Funktion, die ist speziell für Reisemobile gedacht, die als Basisfahrzeug einen Fiat Ducato, einen Citroën Jumper, einen Peugeot Boxer oder einen Iveco Daily haben. Denn die Wipro 3 mit Safelog, die steuert auch gleich die Zentralverriegelung mit, sodass Alarmanlage und Zentralverriegelung mit dem gleichen Funkschlüssel oder mit der gleichen Fernbedienung gesteuert werden können. Und das ist auch gut so. Wahrscheinlich wisst ihr schon, dass die Zentralverriegelung, die man ja per Funkschlüssel bedient, bei Fiat Ducato und ähnlichen Modellen bis zum Modelljahr 2018 eine echte Sicherheitslücke hatte, die sich mit einer sogenannten Replay-Attacke ausnutzen lässt. Das heißt, der Funkschlüssel sendet bei diesen älteren Fahrzeugen immer den gleichen Code an das Fahrzeug. Und mit einem ganz normalen Notebook oder mit einem Empfänger, den man für wenig Geld im Internet kaufen kann, können Kriminelle das Signal auffangen und speichern. Und dazu müssen sie einfach nur irgendwo in der Nähe sein, wenn man gerade auf seinen Funkschlüssel drückt. Und das Notebook kann dann diesen Code jederzeit wieder abspielen, sozusagen, also Replay, und an das Fahrzeug senden. Und das reagiert dann eben auf diesen Code und öffnet die Zentralverriegelung. Und die Wipro 3 mit SafeLock schließt diese Sicherheitslücke und macht diese Replay-Attacken damit unmöglich. Der Funkschlüssel bekommt dafür eine neue Platine. Und dieser Platinentausch, der wird ebenfalls in der Werkstatt gemacht. Und der neue Sender im Schlüssel und der Empfänger in der Wipro 3-Zentrale, die verstehen sich dann dadurch. Und ab dann wechselt der Code immer zu. Und es gibt dabei vier Milliarden Möglichkeiten. Also es ist nahezu unmöglich, dass der Code, den ein Krimineller mit seinem Notebook auffängt, auch genau der ist, der vom Empfänger gerade erwartet wird. Der Schlüssel sendet also den Befehl Tür auf, nicht mehr an den Empfänger des Fahrzeugs, sondern an die Wipro 3-Zentrale. Und die ist über die Datenleitung des Fahrzeugs mit der Zentralverriegelung verbunden. Deshalb wird die Sicherheitslücke genau dadurch geschlossen. Das lohnt sich übrigens auch für neuere Fahrzeuge ab Baujahr 2019, denn die haben zwar ab da auch einen wechselnden sogenannten Rollcode, wobei die Umrüstplatine mehr mögliche Codes zur Verfügung stellt. Und man soll im Internet wohl Technik kaufen können, die ihn simuliert, sodass Kriminelle auch in diese neueren Fahrzeuge theoretisch eindringen können. Das heißt, auch neuere Fahrzeuge profitieren von der Safe-Lock-Funktion. Ab dem Modelljahr 2022 braucht man dann keinen umgerüsteten Schlüssel mehr. Da soll die Sicherheitslücke wohl nicht mehr bestehen. Wenn ihr bei eurem Fahrzeug da unsicher seid, am besten würde ich einfach mal bei Tetronik nachfragen. So, das war die Geschichte mit dem Funkschlüssel. Die Wipro 3 Safe-Lock-Zentrale steuert aber natürlich nicht nur die Zentralverriegelung. Also man kann dann mit dem umgerüsteten Funkschlüssel die Türen auf- und zumachen und gleichzeitig die Alarmanlage scharfstellen. Das ist schon ziemlich praktisch. Die Zentrale überwacht auch die Kontakte der Türen, wenn man die Anlage vorher scharfgestellt hat. Und dazu hört sie in die Datenleitung des Fahrzeugs rein. Und jedes moderne Fahrzeug hat so eine Leitung, die man übrigens CAN-Bus nennt. Und sobald eine Tür im Fahrerhaus oder die Schiebetür oder die Hecktür geöffnet wird, geht über diese Datenleitung ein Signal an den Bordcomputer des Fahrzeugs und eben auch an die Wipro 3 Zentrale. Und der Bordcomputer zeigt dann zum Beispiel im Armaturenbrett Display an, Seitentür offen zum Beispiel. Und die Wipro 3 Zentrale, die weiß, aha, da ist eine Tür aufgemacht worden. Und wenn die Anlage vorher scharfgestellt worden ist, was ja gleichzeitig mit dem Verriegeln per Funkschlüssel passiert, dann bedeutet eine Tür, die aufgemacht wird, Alarm. Und das funktioniert bei einem Kastenwagen an allen Originaltüren. Also Fahrer- und Beifahrertür, Schiebetür und Hecktür, wie gesagt. Ohne, dass man da an den Türen irgendwas umbauen müsste. Und da passiert auch eben in der Werkstatt dann nichts. Aber alles, was nicht an der Zentralverriegelung hängt und nachträglich eingebaut wurde, das muss eben auch nachträglich, also auch separat mit eigenen Magnetkontakten ausgestattet werden. Das gilt zum Beispiel für viele Aufbautüren, bei teilintegrierten Reisemobilen und auch für alle Fenster und Dachluken. Aber das ist im Grunde kein Problem, denn diese Kontakte, die lassen sich sehr einfach anbringen und dann auch bei der Zentrale anmelden. Verkabeln muss man dabei gar nichts mehr, denn die Magnetkontakte, die stehen per Funk mit der Zentrale der Wipro 3 in Verbindung. Das Anmelden von Kontakten muss man nur einmal bei der Installation machen und das geht besonders einfach über die kostenlose App von T-Tronic. Habe ich selber schon ausprobiert. So sieht so ein Kontakt aus. Ein Teil wird am feststehenden Teil des Fensters oder der Luke befestigt und ein Teil an dem beweglichen Teil. Es handelt sich dabei um einen Magnetkontakt. Das heißt, beide Teile müssen bei geschlossenem Fenster möglichst nah beieinander sein und ein kleiner Spalt, dazwischen ist aber kein Problem, geht ja auch nicht anders. Sobald dann aber der Abstand zu groß wird, weil eben das Fenster geöffnet wird, dann geht der Alarm los. Und der dritte Kontakttyp, das ist die sogenannte Kabelschleife. Die haben wir uns noch ganz neu dazu gekauft und auch selber angemeldet und die besteht aus einer Halterung und dem Kontaktkopf mit einem langen Kabel. Wie beim Fensterkontakt auch, reagiert die Alarmanlage dann darauf, wenn sich die beiden Teile voneinander entfernen, dann geht eben der Alarm los. Und auch das Durchschneiden, Durchtrennen des Kabels, das merkt die Anlage und geht los. Und das Kabel gibt es in zwei Längen. Wir haben uns für die 6 Meter Version entschieden und damit kann man etwa was ganz Pfiffiges machen. Man kann nämlich zum Beispiel eine Schlaufe um Dinge herum oder durch Gegenstände hindurchlegen, die ganz woanders stehen, weiter weg entfernt. Fahrräder zum Beispiel auf dem Fahrradträger. Oder auch vor dem Reisemobil, Tische, Stühle, Spielgeräte und vieles mehr. Und sobald das Kabel durchgeschnitten wird oder der Kontaktkopf aus der Halterung genommen werden würde, geht der Alarm los, wenn die Anlage vorher scharf geschaltet wurde. Wie lebt es sich nun mit der Wipro 3 im Alltag? Wenn man sein Fahrzeug abstellt, dann verriegelt man mit dem ganz normalen Funkschlüssel die Türen und schaltet so gleichzeitig die Anlage scharf. Und das Gleiche funktioniert auch mit dem Handsender. Der gehört auch mit dazu, den kriegt man eben auch mit dazu. Versucht dann jemand in das Fahrzeug einzudringen, schlägt die Anlage Alarm. Und genauso kann man das auch machen, wenn man sich im Fahrzeug aufhält, zum Beispiel in der Nacht. Türen verriegeln und gleichzeitig die Anlage einschalten, fertig. Im Gegensatz zu manchen anderen Anlagen kann man sich dann aber frei in seinem Fahrzeug bewegen, ohne dass der Alarm losgeht. Da ist ja kein Bewegungsmelder oder sowas dabei. Welche Idee steckt hinter diesem Konzept? Unsere Alarmanlage ist dafür konzipiert, im Fahrzeug leben zu können, das Wohnmobil so nutzen zu können, wie es gedacht ist. Sie sollen sich frei bewegen können, sie sollen alles machen können. Man soll die Anlage nur im Hintergrund wahrnehmen. Man soll wissen, sie ist da, sie geht einem Sicherheit, aber sie schränkt einen nicht ein. Nur eins sollte man nachts nicht machen, ein Fenster aufmachen, solange die Anlage scharf ist. Und glaubt mir, das passiert jedem am Anfang, ist uns auch passiert. Aber man gewöhnt sich daran, dass man die Anlage dann erst deaktivieren muss, bevor man zum Beispiel in der Nacht zum Lüften ein Fenster aufmachen kann. Was ich aber wirklich super praktisch finde, ist, man kann zum Beispiel eine Dachluke zum Lüften offen lassen. Dann schaltet man die Alarmanlage scharf. Und die merkt, aha, da ist noch ein Fenster offen. Da gibt es einen entsprechenden Warnton, der das quittiert. Ist aber dann trotzdem aktiv, die Anlage. Und wenn man dann später in der Nacht zum Beispiel das Fenster schließen muss, weil einem zu kalt wird oder so, dann kann man das machen. Und der Alarm geht auch nicht los. Das weiß die Anlage dann, das merkt sie dann und speichert dann eben jetzt den neuen Status mit dem dann eben geschlossenen Fenster. Wenn man dann aber wieder das Fenster aufmacht, gibt es wieder das gleiche Problem. Dann würde der Alarm eben wieder losgehen. Und diese Funktion, dass die Anlage merkt, wenn noch eine Tür oder ein Fenster offen ist, die ist auch beim Abfahren wirklich unheimlich praktisch. Denn auch dann, wenn sie nicht scharf geschaltet ist und man den Motor starten will, dann checkt die Wipro 3 alle Kontakte und meldet, wenn da irgendwo irgendwas nicht stimmt. Wenn also zum Beispiel ein Fenster noch offen ist und dann will man trotzdem losfahren. Und man kann auch trotzdem fahren, denn der Warnton, der hört auch wieder auf. Aber man kann ihn eben auch nicht überhören, glaubt mir. Und dann weiß man, was los ist. So, das alles bis hierhin, das waren Funktionen der Wipro 3 Safelog, also der eigentlichen Alarmanlage. Wir haben hier nun aber auch noch das Profinder-Modul eingebaut, sagte ich ja schon. Und das verbindet im Grunde genommen die Alarmanlage und damit das Fahrzeug über Mobilfunk mit einem oder mehreren Smartphones. In dem Profinder-Modul steckt eine SIM-Karte. Das heißt, man kann das Modul im Grunde von außen anrufen. Genauer gesagt, man kann ihm eine SMS senden. Und man bekommt auch von ihm SMS-Nachrichten zurückgeschickt. Die Kommunikation läuft also vergleichsweise altmodisch in Form von SMS-Nachrichten. Aber das hat der Hersteller ganz bewusst so gemacht. Natürlich wäre es technisch möglich, diese Verbindung übers Internet zu machen. Das hätte aber auch gleich zwei Nachteile. Die Geräte würden teurer und, viel wichtiger, damit die Verbindung wirklich klappt, müsste das Modul im Fahrzeug ständig mit dem Internet verbunden sein. Und genau das kann ein Problem sein. Denn die Versorgung mit stabilem Internet über Mobilfunk ist bei uns in Deutschland, das wissen wir alle und auch in so manchem anderen Land, nicht immer und überall wirklich sicher vorhanden. Eine einfache Mobilfunkverbindung, also zum Empfang und Versand von SMS-Nachrichten, die gibt es aber in aller Regel auch wirklich irgendwo in der Pampa. Ich habe mein iPhone und meine Apple Watch so eingerichtet, dass ich eine Alarmmeldung auch auf meine Uhr geschickt bekomme, wenn was passiert. Und weil die dann auch noch leicht vibriert, kriege ich auch auf einer lauten Messe, wenn ich zum Beispiel da bin oder in der Kirche oder irgendwo, wenn irgendwas mit dem Van nicht stimmt, eben auf jeden Fall sicher eine Nachricht. Der Profinder versteht eine begrenzte Anzahl an Befehlen, die man ihm per SMS zuschicken kann. Status ist so ein Befehl. Und damit man sich diese ganzen Befehle jetzt nicht alle merken muss, gibt es seit einiger Zeit eine App des Herstellers. Und das sind die Möglichkeiten, die man im Moment hat. Also man kann die Anlage scharf stellen oder ausschalten. Man kann einfach das Fahrzeug auch nur verriegeln oder entriegeln. Man kann sich anzeigen lassen, wo sich das Fahrzeug gerade befindet. Und man bekommt dann die genaue GPS-Position per SMS geschickt. Und dann kann man sich zum Beispiel in Google Maps den aktuellen Standort ganz genau anzeigen lassen. Und das Allerbeste, man kann das Fahrzeug aus der Ferne lahmlegen. Und das ist schon eine ziemlich coole Sache. Gibt es auch noch nicht ganz so lange. Aber sagen wir mal, das Fahrzeug wird geklaut. Dann bekommt man, wenn alles klappt, eine entsprechende Alarmmeldung auf dem Smartphone oder eben der Uhr angezeigt. Aber es könnte ja auch sein, dass einem, sagen wir mal, jemand den Schlüssel und damit das ganze Reisemobil geklaut hat. Dann kann man seinem Fahrzeug, also genauer gesagt dem Profinder in seinem Fahrzeug, den Befehl schicken, das ganze Fahrzeug stillzulegen. Und im nächsten Moment, in dem das Fahrzeug zum Stehen kommt und ungefähr fünf Sekunden stehen bleibt, zum Beispiel an der Ampel, geht der Motor aus. Und er lässt sich auch nicht mehr starten. Und das ist dann wahrscheinlich der Moment, in dem die Diebe fluchtartig das Fahrzeug verlassen werden, weil nichts mehr geht. Und hinter ihnen geht die Huperei los. Und ich als Besitzer kann dann wieder über die Standortabfrage feststellen, was da los ist und kann dann auch sehen, eben das und wo mein Fahrzeug gerade steht. Für diese Abschaltfunktion des Motors muss ein kleines zusätzliches Gerät eingebaut werden. Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das haben wir eben auch machen lassen. So, soviel also zu den Funktionen der Wipro 3 SafeLog mit Profinder. Was haben wir nun in den vergangenen drei Jahren mit der Anlage erlebt? Gibt es auch was, was uns an der Anlage nicht gefällt? Ich fange mal mit den positiven Sachen an. Also die Bedienung der Anlage, die ist wirklich sehr einfach. Vor allem, wenn man überlegt, was die alles kann. Mit einem Druck auf den Funkschlüssel werden die Türen verriegelt und die gesamte Anlage wird scharf gestellt. Und mit dem zweiten Druck sind die Türen wieder offen und die Anlage ist wieder aus. Das kann wirklich jeder. Und auch wenn die Anlage eingeschaltet ist, zum Beispiel in der Nacht, kann man sich frei in seinem Fahrzeug bewegen, solange man eben kein Fenster aufmacht, das vorher zu war. Das Austauschen der Batterien in den Funkkontakten, das ist auch sehr einfach, wenn man es einmal raus hat. Und die Batterien, die halten ziemlich lange. Wir mussten sie in den drei Jahren bisher nur einmal tauschen. Und die Anlage meldet auch, wenn eine Batterie ausgewechselt werden muss. Dann gibt es so einen eigenartigen Warnton, wenn man das entsprechende Fenster öffnet und schließt. Dann denkt man immer erst mal, was ist denn jetzt los? Aha, Batterie. Und die Kabelschleife zum Sichern von Fahrrädern und weiteren Gegenständen, die finde ich auch sehr praktisch. Und auch das Anlernen dieses Funkkontaktes war eben über die App total easy. Insgesamt finde ich auch die App sehr gut, weil sie nicht so überladen ist und, naja, sich das meiste eigentlich selbst erklärt. Auch die Entscheidung des Herstellers, dass man von seinem Smartphone aus per SMS mit der Anlage kommuniziert, war und ist nach wie vor richtig, finde ich. Denn SMS funktionieren eben, ja, einfach meistens auch dann, wenn eine Internetverbindung Probleme hätte. Wenn man übrigens merkt, dass auch die Verbindung per SMS schlecht ist, dann gibt es von T-Tronic eine Zusatzantenne. Die kann man dann an den Profinder noch anschließen und irgendwo im Auto noch anbringen. Bei unserem Fahrzeug ist das allerdings nicht nötig. Was mir an der T-Tronic Anlage nicht gefällt, das ist die Tatsache, dass man oft so ein bisschen raten muss, was die Anlage jetzt denn nur ganz genau von mir will. Sie hat eben nur so eine kleine rote LED und ihre Warntöne. Und um einem zu sagen, was gerade los ist, da würde ich mir vielleicht ein kleines Display wünschen, das auch ein bisschen mehr Informationen bietet und wenn es auch nur ein Code ist oder sowas. Ja, wir hatten eigentlich nur ein einziges echtes Problem mit der Anlage und das trat auf, als wir mit dem Fahrzeug mit der Fähre nach Großbritannien übergesetzt haben. Dazu musste sich das Mobilfunkmodul im Profinder mit seiner deutschen SIM-Karte eben in das britische Mobilfunknetz einbuchen. Roaming heißt das ja bekanntermaßen. Und warum auch immer, vielleicht auf der Überfahrt, das britische Netz hat unsere Karte abgewiesen. Und das wird dann auf der SIM-Karte gespeichert. Und leider versucht dann ein Mobilfunkgerät, also auch in diesem Fall der Profinder, kein zweites Mal sich bei diesem Netz einzubuchen, weil es ja nicht zugelassen worden ist. Und dieses Abweisen, das kann aber, wie in unserem Fall auch, irrtümlich passieren. Ein Grund kann sein, dass im Moment der Abfrage zum Beispiel keine Verbindung zur Datenbank des Heimnetzes besteht. In diesem Fall bekommt also das ausländische Netz im Profinder den Vermerk nach dem Motto, hier brauchst du gar nicht mehr nachzugucken, klappt nicht. Wenn aber nun dieses Netz eigentlich genau das ist, nämlich das ausländische Netz ist, mit dem der eigentliche, der eigene Netzbetreiber in Deutschland eben so eine Roaming-Verbindung hat, Vereinbarung hat, dann wird dadurch die Verbindung zwischen Smartphone und Alarmanlage in dem Land unmöglich. Die Alarmanlage, die versucht dann nacheinander, sich in jedes am jeweiligen Standort verfügbare Netz einzubuchen. Aber lässt genau das eigentlich richtige Netz dann eben entsprechend dabei aus. Und damit das alles wieder richtig funktioniert, muss man nun diese Markierung auf der SIM-Karte löschen. Und das ist etwas kompliziert, denn leider muss man dazu die Karte aus diesem Profinder-Modul herausnehmen, das ja irgendwo im Fahrzeug versteckt ist. Und das hat keine Tastatur, kein Display und sonst wie. Das heißt, man kann nicht auf die SIM-Karte zugreifen. Und wie man das aber trotzdem genau macht, dazu habe ich einen Artikel auf fragdenstein.de geschrieben. Ich habe ihn unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut einfach mal rein, wenn euch dieses Problem interessiert. So, nun glaube ich, habe ich alles erzählt, was man über die Wipro 3 Safelog mit Profinder von T-Tronic wissen sollte. Würde ich mich nochmal für die Anlage entscheiden? Auf jeden Fall. Ich denke, dass das wirklich gut investiertes Geld ist. Ich würde euch allerdings dringend davon abraten, den Einbau selber zu machen. Da kann so einiges schiefgehen, das habe ich eben auch beim Einbau gesehen. Wenn man da an der Bord-Elektronik irgendwie herumbastelt, kann es schnell schiefgehen. Was man aber auf jeden Fall selber machen kann, das ist der Einbau zusätzlicher Funkkontakte an Türen oder auch eben mit dieser Kabelschleife. Und dieses Anlernen, das geht eben über die App total einfach. Und ist ein Fahrzeug damit dann hundertprozentig gesichert? Nein, den Einbruch zu hundertprozentig verhindern können wir nicht. Wir können es dem Einbrecher so schwer wie irgendwie möglich machen und wir können ihn so lange wie möglich aufhalten. Einfach um den Faktor Zeit zu vergrößern. Und je länger es dauert, desto uninteressanter wird es. Und desto mehr läuft er ja auch Gefahr, entdeckt oder erwischt zu werden. Und das ist der Sinn einer Alarmanlage. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zugucken. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Und mich würde natürlich auch interessieren, wie ihr eure Fahrzeuge gegen Einbruch und Diebstahl absichert. Also, was macht ihr da ganz genau? Habt ihr auch eine Alarmanlage? Also, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!